So, und da sind wir wieder mit Part 2 und ja, alles beim Halten. Double Kill, so, sehr nice. Ähm, okay. Essen, okay, so passt. Der Panzer macht mir irgendwie Angst. Ach, toll, hier kann ich nicht mal toll ausweichen und springen. Was zur... Sonst geht's euch aber noch gut, oder? Ich hab dich gesehen. Ich glaub, mit Headshots kann man die, äh, sofort killen. Nein, doch nicht. Okay, so haben wir uns die Sache ganz einfach gemacht. Was zur... Okay. Oh Gott, verdammt. Da kommt jetzt... Ja, das war klar, dass da noch welche rauskommt. Äh. Ich lass mich natürlich treffen. Da, ja. Schaut einfach weiter zu gehen. Hey komm, sogar dann treffen die mich. Aha. Ist das ein Panda? Wie süß ein Panda. Ähm. Das war nicht geplant, aber okay. Bitte sag mir, dass der Panda mich nicht angreift. Wie süß. Ähm. Okay. Wupp. Bäm. Oh, nicht so einer. Okay. Hm. Hm. Okay. Leben. So. Oh. Okay. Was zur... Was kommt jetzt? Was ist ein Slingreader? Oder Rider? Oh mein Gott! Was? Was ist das denn für ein Ungetüm? Okay, aber ich weiß, wie ich ihm Schaden mache. Aber es hält einiges aus. Ziehen Moltecoffs vielleicht mehr? Ziehen gar nichts. Geil. Okay. Ich muss auf jeden Fall ihn treffen lassen. Oh, jetzt bewegt es sich. Ja, geil. Oh, Gott. Alter. Das ist doch fies. Ach, nicht mal mehr Munition habe ich jetzt. Wie soll ich das denn machen? Komm schon. Komm. 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 Nein. Aber schneller als ich. Äh, ja. Okay. Granaten. Wieder alles voll. Ich muss an Granaten sparen. Definitiv. Mhm. Dafür kann ich meine Moltecoffs einfach mal so raushauen. Das macht mir die Sache auch um einiges einfacher. Wirklich, mit dem Moltecoffs ist es um einiges einfacher. Ähm. Ihr kennt mich mal. Ich habe Moltecoffs. Da kommt gleich der süße Panda. Da ist er auch schon. Oh, da war keiner. Oh, da war keiner. Gott, ich habe so scheiße viele Moltecoffs. Okay. Leben. Okay. Okay. Granaten bitte. Passt. Komm her. Okay. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Deshalb bin ich so leise. Was zur... Ja, beweg dich. Sehr nice. Ist mir doch egal. Okay. Granaten leer. Ähm. Okay. Dann kommen wir jetzt in den... Ninjas-Word-Modus. Ja, und das weiß ich ja nicht, wie ich ihn besiegen soll. So, nicht. Komm, 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 komm. Und er ist tot. Mission complete. Du hast complete the first mission. Sehr nice. Ähm. Ja, ich bin... ... ...